Übrigens, Leute, meine erste Runde Season 5, ne? Ich bin auch das erste Mal gerade im Hauptmenü, ich hab noch keinen Trailer gesehen, gar nichts, ich bin komplett neint. Oh mein Gott! Wie geil, ich bin Level 35. So, was bist denn du, ein Wikinger? Jo! Der hat sich auf den ganzen Pass gekauft. Der hat sich auf den ganzen Pass gekauft. Das kann man jetzt, oder? Das konnte man vorher nie, oder? Doch. Oder? Sag doch mal. Doch, ich bin noch davor. Sag doch, okay. Dann kann ich aber kein Level kaufen. Schön. So, ich hab gehört, es gibt ein paar neue Sachen. Gibt's auch ein Auto, ne? Das werden wir dir jetzt zeigen. Ich bin ja zu guide, ich nehm dich an die Hand. Ja. Und dann können wir gleich ein Rennen fahren auf der Kartbahn um Zeit. Das machen wir schon mal nicht. Warte, was ist denn mit dem Greenscreen hier rum? Ähm. Du kannst hier ein geiles Rennen fahren. Naja. Dann machen wir. Kartbahn. Ab geht. Das ist ja auch komplett das neue, äh... So, ich hör euch grad nicht? Jo. Seht ruhig weiter, Chef Strobel. Wie nennt man das, Max? Ähm. Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken uns damit Hand of Blood und Chef Strobel. Hand of Blood hat noch nie zu diesem Pfad gespielt. Ich bin schon Level 35, weil ich gesuchtet habe. So, ich hör euch wieder. Ich hör euch wieder. Wird's nochmal richtig geil. Sehr gut. Und, äh, ab geht's. Und... Alter, mein Skin sieht einfach mal so awesome aus. Wie nennt man das denn jetzt? Wenn da so ein... Alter, da ist ne Wüste. Utopia. Paradise Camps. Brauchen wir da mal hin? Wir gehen hier hin. Ja! Wir gehen in die Wüste. Wir gehen in die Wüste. Wir gehen in die Wüste. Wie geil ist das denn? Gibt Spanner noch? Oh Gott, sei Dank. Ja. Aber guck mal, was hier gibt Hanno. Anarchy Akris gibt's auch nicht mehr. Alter. Hier ist auch... Hier ist so ne richtig geile Wikingerstadt. Das ist mein neuer Lieblingsstadt. Die ist richtig episch. Ne Wikingerstadt? Alter. Richtig geil. Richtig geiler Shit. Die sieht richtig episch aus. Chef, wie nennt man das denn? Das nennt mich Utopium. Was denn? Utopium? Alter, das ist voll viel Punks. Biom. Alter, das hab ich die ganze Zeit gesucht. Biom, ja. Ich... Das hat eh gefehlt. Biome. Macht der Realm Royale ganz gut, ne? Die haben Frost Biom, Wüsten Biom. Normalo Biom. Und das geile ist jetzt hier... Jetzt gibt's hier auch Gold Cars. Und da kannst du jetzt Rennen fahren auf Zeit. Du bist ja auch noch... Du bist ja noch nie Auto gefahren. Ne. Was... Was denn für Autos? Kaiman S? So... So... Frost mäßig so. Kann man zu viel fahren? Echt? Driften, Boost aufladen. Ja, Mario Kart. Richtig mit dem Auto? Hä? Es gibt jetzt wirklich Autos? Ja. Wo du driften kannst. Wie Mario Kart, dann bist du schneller. Genau. Wenn du driftest... Hä? In Fortnite gibt's Autos. Jupp. Okay, cool. Wird auf jeden Fall auch super interessant morgen bei Baal, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie viel die anderen gezockt haben. Aber es gibt dann einfach Autos. Mein Training war unermesslich. Ich hab jeden Tag 20 Stunden gespielt, wie man merkt. Safe. Safe. Hey Chef, genau neben dir ist wer. Ja. Hier ist alles voll. Das wird schon wieder was. Ich hab schon, du musst uns ja durchcarryen, ne? Henno hat keine Ahnung von der Season. Hier ist ne Pump. Hier. Oh fuck, da landet schon einer. Fuck. Ich bin komplett am Arsch, glaub ich. Er lag da. Hast du einen? Nee. Oh, halt die Pumpgun. Er ist low. Ich hab auch eine Ultra. Ich hab nur den mit. Er ist down. Nice. Noch mal der oben der Pumpgun ist. Den hole ich mir. Ich kill sein mate und dann kriege ich Der ist abgehauen mit dem Wagen Nice ich kill einfach sein Der ist hier oben Oben? Ja das ist wieder draußen Draußen ist der Pumpgun rum Ich dachte der ist für den Wagen abgehauen Ja das ist er Kannste finishen Ja gefinisht So das haben wir schon mal eingenommen Ja geil Das Auto? Nein 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 nur so Golfbar Hanno lauf mal nach rechts Ich sag dir wo einer ist Nö Alter hier gibts so Kakteen Junge Geh mal hier hin Da wo der Blau markiert ist Gerne Die ganze Season ist neu und er sagt erstmal geil es gibt Kakteen Scheiße Okay Komm mal her Hanno Gibt's ein Portal Portal? Komm mal her Okay die Season 5 ist komplett buggy Alter es gibt einen blauen Revolver Gab's das schon vorher? Ja gab's schon vorher sehr gut Hanno ist voll in game Okay alles klar Fuck hier ist ein Auto Ja ich komme Mach einen ruhigen Double Pump geht auch nicht mehr Ja das ist gut Das ist gut das konnte ich eh nie Das ist ein guter Alter try Mix Alter Du siehst jetzt wenn du eine Pumpgun schießt Wie viel Kugeln connect Hä? Hier ich höre ein ganz lautes Geräusch Ja das ist hier ein Portal Ja das ist hier ein Portal Hanno komm mal zu mir X Hä? Hier kommt Bären geflogen bei mir? Ja Aus dem Portal Double Headshot Der chillt Alter wie krass Crime Mix vor dir ist noch einer Der ist grad gelandet mit dem Portal Geil Der rechts vorne ist der Buggy Okay wir müssen erstmal hier weg töten Das nervt uns Ja Oh die Pämpelgranate So ähm Oh will sie rushen? Kannst du das? Oh der hat ganz wenig Leben Alter 14er Headshot Oben oben ist er Der will mich finishen Crime Mix ist meine erste Runde Oh nee was für'n Scheiß Du hast sie mir versaut Ich hab sie dir versaut Woher kam? Also wieso können die Leute so spät fliegen Was? Portale? Äh Portale Portale wir zeigen's dir gleich Da kommst du von oben wieder aus der Aus diesen Was ist das? Das kommt davon Wenn man nicht auf Clickbait reinfällt Dann kriegt man das alles nicht mit Ja So ich will sterben Ja Crime Mix ich hör ihn Ja Einfach rein Mach einfach Sturmangriff Einfach rein rennen Blind rein Jetzt blind Und blind Wie schlecht war der? Der hat mich getötet Der hat ja ich weiß Du bist einfach reingerannt Zeig Hand auf den Wagen und das Portal Max Ja komm Rechts hinter dir war der Wagen Hinter dir Weißt du was? Nein, nein, nein Ich will das selber erleben bitte Töte dich einfach Töte dich einfach Weißt du was? Töte dich einfach Geil Ja, Chef Rubel Der ist noch nicht so lange im YouTube-Geld Der weiß nicht Das Lol Das Wasser ist gefroren Ja geil Und seid ihr hyped auf morgen? Ganz hyped Ganz hyped Aber mit der neuen Season war glaub ich echt geil Heute Leute Neue Season war das absichtlich so geil getimt? Ja ja das haben wir mit denen vereinbart Die haben sich da nach uns gerichtet Ja geil Also wollen wir jetzt geile Jump Shots von mir geben Na safe Alter ich bin Level 2 jetzt Nice Battle Pass, was gibt's denn alles so? Oh, diese 5 Battle Pass, yo How does it work? Er interessiert mich nicht Äh Okay es gibt Okay So es gibt Hä? Hä? Da waren Elchex mit der Spielmann Basketball glaub ich Ja man kann jetzt golf und Basketball spielen Man kann äh Natürlich Ja Ja genau Hanno Hanno Ja, der bin ich Guck hier Er kann golfen Kann man auch innen machen Hä? Hä warte mal Kommt der wirklich irgendwo auf und liegt da? Oder ist das okay? Schieß nochmal, schieß nochmal Geht zu dir? Schiezen wir nicht so weit Nein, verdammt Egal wir gehen jetzt zu dieser tollen Bahn Du kannst auch Äh Nicht mal töten wir alle Bei Lazy Dings Bei Lazy Links Bei Lazy Links Bei Lazy Links Bei Lazy Links sind doch immer Ne bei Snobby Short Ne bei Snobby Short Die Kartbahn Los Aber Snobby Short ist immer safe 3 Autos Ich hab von der 140 Meter hole in one gemacht Also du kannst ja auch dann mit so richtigen Detailen wo die Golfbälle connecten dann Da siehst du auch von wieviel Meter du gegolft hast Schön Haben sie nice gemacht Kannst nix sagen Okay ich gehe links zu den Tribünen glaube ich Das wird geil Oh das ist ne Pumpgun Ich gebe bei dem ganz großen gewollte nochmal Hier damit kommt von euch Wir landen auch einfach zu viel Ist das das neue stiltet oder was? Hanno pass auf der kommt direkt über dir Ruhe die Waffe Ruhe die Waffe Da ist ne Pistole Da ist ne Pistole Ich brauche Hilfe Treffer 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 Hast du Shotgun Muni Primix? Alter wo bist du Chef? Primix ich dropp dir Pistole Muni hier Ich dropp Warum? Weil du die Pistole hast Hier kommt einer Facken Kiste auf Und ich find ne Facken Autosniper Ich hab ein Mini für dich Hanno Ah das ist einer aus nem Stream Alter die gehen hier einfach durch So grüße gehen raus an den Typen der sich hier gerade ne Danke Aber warum tötest du Chef du Opfer? Hehehe 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 Es ist so dumm Alter ich hab ne Autosniper Und die haben beide ne Pumpgun und ne fucking SMG Alter Ja Unlucky Unlucky War bös Scheiße So wir haben jetzt hier ein Fahrzeug Komme was wolle Ja aber wir müssen jetzt erstmal hier alle töten oder? Ist doch geil Ja ja klar Das machen wir doch beim vorbeilaufen Toll, toll, toll Warte dann reißt sich jemand den ganzen Laden ein Es gibt Metall Oh das sieht ja cool aus Ich muss erstmal ja auch lernen was man erst abreißen kann was nicht Hier gibt's doch auch hier war doch letzt auch ne geil Okay So jetzt lass mal alle töten Loll Loll Oh da kommt jemand aus dem Portal Was war das? Da über uns guck da über uns Der kommt aus dem Portal Loll Loll Was was Wo Hä wie komm ich da raus? Komm mal her Ja warte warte hier ist erstmal ne Kiste Ah ich will ja Na gut Wollen wir gleich holen Ich glaub das ist gar nicht mehr da Max Doch das ist noch da Du Nein Wo Manche Bugs sind auch einfach schön Hehehehe Geil Okay jetzt komm mit Okay Weil du bitte gesagt hast Hä wollen wir nicht in so ein Golf Card? Ne wir gehen erstmal im Portal das ist wichtig und dann gehen wir vom Portal ins Da ist ein Portal am Baum glaub ich Ja weiß ich Hehehe Warte warte zeig nicht was passiert Ne ne mein nicht Du darfst zuerst reingehen Aber die verschwinden wenn man reingeht nach zwei Sekunden Ja Dann kannst du die verschwinden Schade Die verschwinden nach zwei Sekunden Spring rein und alles ist easy Und was passiert Egal ich werd's erfahren Spring auch mit rein LOL So jetzt lass zum Jetzt lass zu nem Auto Die fahren da komm mal her komm mal her Jo jo wir landen einfach im Dach und schießen die komplett ab Läu man landet ja richtig knapp aufm Vorm Boden Ja Aber wenn du aufm Golf Card rum springst Das ist wie so ein Jump Pad Ja Ach scheiße Wo sind die Trimax machen ruhig Gott bewahre Wo sind die Hier sind sie Oh Headshot Warte ich komm von oben Habün Hast du beide? War noch zwei oder? Hör ich nur alle Er war Instant Finish glaub ich Ich hör hier auch noch ne Kiste Ja der ist rechts über dir Er kennt sich ja schon aus Ich war hier tatsächlich noch nie Oh ihr habt das vorhin eingenommen Weil ich das mal verbal einnehmen will Uuuuuh Da haben die Technics Schon Ach hier Hier ne Ja Ja ich will jetzt unbedingt in so nen Golf Car Ja guck 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 So double fahren funktioniert nicht mehr Äh was heißt das? Speedbuilding auch nicht mehr Okay Was? Speedbuilding? Ja dieses zähm Willst du fahren oder ich bin Weihfahrer? Ich fahr Ja Wenn du jetzt Slayer-Taste drückst Dann kannst du das Sliden Und wenn du das länger auflädst Ja Oh sehr gut Aha ja Der ist jetzt echt schnell Frag ich mich jetzt Wo ist der Unterschied zum Einkommen? Das ist aber echt ne schnelle Karre Du musst driften Dann wir kriegen das richtig fett boost Ja aber drück dich weiterhin aufs Gas Ja 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 aber du musst auch gegenlenken Lol 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 Also auf Prostets Rechnen ist der Boost easy aufzuladen Aber hier ist auch so ne Rennstrecke den Boost aufladen Ja Hahaha Ich fix ihn schon noch auf Baut doch mal ne Rampe Junge ich bin hier raus Oh lol das Ding ist gleich kaputt oder? Willst du hier raus? Wo willst du ne Rampe haben? Hier einfach gerade Ne Okay Hier? Hier? Okay hast du? Ja geil Geil Aber wir müssen jetzt in die Zone Trimax Ist wichtig Wir spielen immer noch Battle Royale Ist auf jeden Fall richtig chillig mit den Abwagen mal in die Zone zu kommen Weil die echt schnell sind Ja vor allem bergauf gehts ja auch echt gut oder? Ja? Krass Ja ist geil Ja Da oben ist auch ein Portal Mit dem Portal kann man auch mega gut sehen Hey aber der Kofferraum backt ein bisschen ne? Echt? Ja bei mir sind da übelste Grafik Bugs Bei mir nicht Da kommen die ganze Zeit die Spitzhacken raus Okay das ist krank Wir haben überall Portale Du kannst aber im Auto ins Portal Ja ich wollte es gerade machen Ja mach 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 Ist gesund Jetzt rausspringen? Ja ne? Besser ist das Ich hab keinen Bock Sturz statt zu passieren Ach wenn man im Auto bleibt dann Ja man kann wenn das zu weit nicht fällt Nur wenn du auf Bäume fällt Ja die Portale sind ja mega geil Die machen das Gameplay halt super fast Oh über uns Portal Ich hab einen gehört Wo ist der? Da hinten ist er? Ne ist weit weg Ist egal Man kommt doch so mega in die Zone Komm lass mal ins Portal Achso hier ist schon die Zone Ne ist gut Aber die Zone wurde halt mega genervt Weil du hast jetzt die Fahrtfolge Kommt immer easy rein Und hast die Portale Du siehst halt maximal weit in Egal wo die Zone ist Du findest ein Portal Du hast halt Ja 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 Du kannst halt ganz oben Das ist easy Das ist geil Das ist auf jeden Fall was ganz feines Ich muss mal den Trimix gleich lauter machen Hör mal Komm ich mal lauter hör mal Äh ja krass Mensch Das ist ja Ich hab deswegen auch so Bock auf Baal Weil das so Ich Allein die ganzen Escapes dann wahrscheinlich Ja und die insgesamt so Was man so für Plays machen kann Ja Geil So Ich geh jetzt in die Zone Durchs Portal Man kann dann Im Portal ist kann man auch ganz knapp vorm Boden erst aufmachen Ne Richtig nice Äh ja Ist wie bei einem Jump Pad Ja Da geht das ja auch ganz knapp vorm Boden Bist du es? Ja Ja Ich bin ja der Wikinger im Golf Karre Im Golf Karre Ja 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 krass holen wir jetzt die Runde ne? Ja das weiß ich gar nicht Ja hol dir ein paar Material wie viel hast du denn? Äh 99 oder schon Hä So viel Da wusste ich doch Alter Klar No Limit Okay zeig mir zeig mir was cooles Warte ich will mal aufsteigen Leute Wir müssen eh in die andere Richtung Tramix Maxi 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 Ja Klar Easy du hast es geschafft Könntest du mich theoretisch überfahren in dieser Situation? Ja du wirst dann so weggefetzt aber ich glaube man verliert dabei kein Leben Ja Let's go Alter krass Kann ich schießen Kann ich schießen? Wollen wir einfach in die Zone? Du kennst ja Fahrzeug schon Ich hab ihn gesehen Du kennst ja Fahrzeug schon Krass Was ist jetzt los? Oh Portal Das ist immer Portal Sound Den müssen wir nach oben gucken Oh die snipen auf uns Habt ihr ihn erwischt? Wie habt ihr ihn erwischt? Ja den über uns So er krankt Oh hier kommt einer mit dem Achtung der kommt Kein Treffer Ja die anderen ballern halt auch noch mit drauf Okay der ist ganz okay Oh der ist Schwitzer Aber dann ist das gut Scheiße Kommt Hanno mit seiner Routine Oh Die Endkicks Das ist halt die Schwitzer Das ist aber morgen nix Hanno Yo ALTER Schwule Guck Wir hatten noch nie jemanden Mit dem Spiel schießt Du wohnst Ohne Schrei Wie hast du das gerade gefühlt? Hast du das gut angefühlt? Ja war sehr gut Schön Ich find's aber gut gegen Viel bessere Gegner zu spielen Aha So jetzt Jetzt brauchen wir mal ne Waffe Also am Anfang Das Problem war einfach dass es viele waren Ja Direkt go Ja Es hat gerade gebugt Kann jemand jemand einen Clip erstellen? Kann jemand einen Clip erstellen? Hanno hatte gerade einen neuen Skin Hanno hatte gerade so einen neuen Skin Hanno hatte gerade so einen neuen Skin Das aussieht wie so eine Sandmumie Holy Shit Echt? Immer diese Leak Bugs Jaja ganz schnell jemand einen Clip bevor das weg ist Ich muss mir sonst die Aufnahme her angucken Ich muss mir kurz gleich ran Ich muss hier gleich reinziehen Digga du saßt aus 1 zu 1 wie der Sandmann aus Spiderman Hä es gibt schon wieder so einen Motorradfahrer? Schnell Sollen wir mal kurz hier an den Clip rein sind Ich bin gerade auf deinem Channel Extra deswegen Hier starten die Oh hier starten die Ist das nicht so ein gewollter Bug? Ja Jaja Was? Hier steht Spiel mit Montana Montana Black Der ist morgen auch dabei wenn er es mal schafft sich anzumelden Ja auch hier Ich hab den Clip Ich hab den Das Problem bei dem werden die geteilt aus Ähm gibt es irgendwo ne Gibt es irgendwo ne Gibt es irgendwo ne Äh Liste wer verbal alles dabei ist Lass dir erst jetzt Wikinger Burg Wikinger direkt raus Instant raus Da ist aber richtig Remi Äh ne weil die Leute teilweise Das sieht echt komisch aus Immer noch nicht geschafft haben sich halt so anzumelden weil Wir haben ja kein Anmeldesystem mehr Und dadurch müssen alle im Discord schreiben mit wem sie teamen Und das kriegen viele schon nicht hin Ei Ich hab's vorhin gemacht Ja Deswegen Oh scheiße ich bin ja viel zu tief geko... Oh shit Jaja das ist ja gut Okay ich muss bei Snobby rein leider Äh Oh mein Gott da bin ich ganz allein Nein Ich hab den nicht gecallt ich wollte ja nicht landen Ich hab das gemacht Echt? Ja Ich kann nur sagen Das war ein guter Call Ja es ist so viel Leute Ne Er hat die Waffe und dann bin ich tot Und dann ist es auch Hier sind auch 30 Leute Es ist immer cool wenn was neues kommt Aber es ist am Anfang wenn da echt 30 Leute landen Try was hältst du davon dass ich jetzt auch rette? Schaffst du nicht Der ist doch hier direkt vor mir Du bist doch so weit weg Junge Hier sind 5 Gegner zwischen uns Und du bist tot am ersten Nein ich hab schon einen geholt Er finischt mich ja direkt der Call es kommt jetzt greift der Er hat ihn mit der Spitzhacke getötet Den den ich angegriffen hab Es ist so schlecht Eine 10 HP Ja ich koste Ich kasse Morgen wieder bald Ich kann nicht reden Ähm Nice Hanno ist dabei Snobby Ja ich hab ja gesagt ich bin leider Beschäftigt hast du Anderweitig beschäftigt Ich bin leider zu tief gelandet Ich bin leider zu tief gelandet Aber warte dahe Na komm Komm Muss jetzt besser sein Hanno Hansen Alter geil Du darfst nie zu solchen Orten gehen wenn wir auf der Flugroute sind Vor allem nicht am Anfang Ja ja Oh der hatte gar nichts Ähm Ich kaste morgen mit Johnny Oh heul doch gleich wenn du das vorliest Alter Hanno ist Fast gleich mit Johnny Hast du was geweint also Das fackt mich so ab weißt du Ich zocke jeden Tag 10 Stunden Und Hanno ist immer noch besser als ich Und der weiß doch nicht mal dass es einen blauen Revolver gibt Das nervt mich Ist halt traurig aber wahr irgendwo ne Ja irgendwo So guck mal her hier Wo ist denn der Bums? Hier Stühle lecker So Trimax jetzt wichtig Ist mir den Highground holen Nicht wahr? Komm ich mach mir hier Tür ran Trimax guck mal gut zu Wie ich das jetzt mache Ja oh Alter ja Wow Hm Guck mal Materialien ne Ich nenn sie auch immer Hummels Wegen Mats Hummels Verstehste? Alter Ja der ist halt krass Also der Du weißt ja ich hab immer gute Einfälle Ach das geht mit der Waffe gar nicht Schade Ne das geht mit der Waffe nicht Äh Hanno? Ja Morgen um 18 Uhr geht's los oder? Ich muss gerade ein bisschen Ja Ja Ich hab halt leider keine Waffe für range Hanno spielt aber auch schon seit 23 Jahren PC Hier hätt ich doch Hier hätt ich doch einen Seit 26 Hier hätt ich doch einen vorhin getötet Ich hör was Wir wissen alles mit 3 angefangen Oh Hier hab ich Wo ist denn der hingekrochen? Trimax ist jetzt 14 Ah der wurde aufgehoben ne Oh ich hab ja erst Ne ich hab 3 Kills Der muss irgendwo liegen hier Wo bist du? Hier in diesem Gebäude Ist doch bestimmt einer AR Ja geh mal in den Keller Der Keller ist noch umgelootet Gibt's hier den Keller? Ja einfach nach unten bauen Einfach nach unten geschlagen Nein er hat's doch gerade aufgeschlagen Einfach ganz auch nach unten schlagen Aufgeschlagen Jetzt im Boden nach unten Oh hier ist ein Keller Leute bei mir als erstes aufm Kanal Geheimnis gebunden Geheimnis gebunden Kein Clickbait Rakete startet Krass ey Ja sowas brauch ich hier Sowas Sowas Der Henno holt die Runde Also ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen Aber äh Wird gut Das wird die Runde meines Lebens 100 Euro Charity wenn du gewinnst ne? An wen? Ja Kinder lachen? Ja Ich glaub langsam das äh Ist da von dir so ne Ne Geldwäscherei Junge So ne äh So ne Briefkastenfirma ne? Kinder lachen Was ist denn möglichst unauffällig? Er donatet das selber nicht Er donatet einfach die ganze Zeit an sich selbst Und die Leute die bilden Die lassen dann so aus Privatkonto Das ist übel genial Die Geschäftsidee Kinder lachen ist nämlich ein Statist Soll es alles schon gegeben haben Mal try hast du gesehen den Gutschein? Äh wie viel ist das? Wie viel Geld? Das sag ich jetzt nicht im Stream Ne die Frage ist Wie das sag ich jetzt nicht im Stream? 6.000 6.000 ich weiß es doch Ja äh wie Hä? Ja 6.000 hab ich getonated Wie 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 So Ja bisschen nervig Das man Ja vielleicht dachte auf Ja Oh lol Jaja sag mal wie toll ist der Gutschein? Boah alter Alter voll die Gutschein Ne du Jetzt sind das 50 Euro Ja das ist gut Pass mal auf Den töd ich jetzt Oh schatze Ja Du dumm zum Driften schreibt hier ein Zuschauer Oh guck mal das ist doch der Trimaxe NOL! Was? Weißt du wer das die Gegner sind? Ne Benze 2 0 0 7 0 1 1 4 Was ist das für ein Name? Benze NEIN NEIN Ich wusste es Ich wusste es Was? Ich wusste es so hart Ich wusste es so hart Wie kann man so viel Karma kassieren? Oh man das ist so kalt gell Die sind Debs Alter dafür brennst du in der Hölle Oh mein Gott Oh mein Gott Was? Vor allem ich denk noch so Oh wenn ich das jetzt mache wäre ich bestimmt gesnipet Egal ich mach es trotzdem BAM Ich hab echt noch nie so viel Karma gesehen Es tut mir leid Vor allem instant ne? Instant Alter Hallo es gibt nen neuen Depp Diesen Verbeugungs Depp Ja Den Gentleman Depp Ja Hey Basketball wie krass Hast du den dann so als Rucksack? Nein Du wirfst den Du kannst doch Deinen steht auch unten Hey kann ich dann einen abwerfen der so liegt? Ja ja LOL Ich hab sogar alle Skins Ich hab nen Fußball Ich hab nen Basketball Wasserball Ja das ist ja langweilig Dann hast du ja gar nichts mehr zu erspielen Das ist ja mega dumm Aber guck dir den großen Strandball an Der ist doch witzig Hä? LOL Der ist doch mega geil Hä und du kannst den einfach droppen Und immer wieder droppen Kannst du auch ganz viele droppen? Ja man kann davon ganz viele droppen Mach mal Spam mal ein paar raus LOL LOL Wie geil ist das? Das ist jetzt quasi was neues So wie Rucksäcke und so Hat man jetzt Ball Ja Ich hab auch noch ganz Ich hab ganz viele andere Ich hab alle Bälle glaube ich Wie genial ist das? Hä? Jetzt schon beste Season ever Warum denn? Hä? Ist schon mega geil einen Ball zu haben Gegen seinen Golf Gegen seinen Kopf Ne ich wohne woanders hin Leute Lazy Links Lazy Links Lazy Links Ja das spricht schon gut aus Lazy Links Lazy Links Gibt es irgendwelche generellen Änderungen? So Gameplay technisch Also Pumpkan ist raus SMG ist übel OP Nice SMG ist lit Ja mit dem ich am Besten Raketenwerfer sind sehr stark geworden Aber Raketen zu den äh verringert aber die machen mehr Flächenschaden als auf Gebäude Ich geh zum Sportplatz Was? Was? Basketballplatz? Ja Ich bin jetzt hier Wo ist denn Bas? Gibt es überall Golflöcher Hey kannst du golfen Wo ist das da? Cool Ich brauche jetzt hier Hilfe Wir sind noch nicht mehr gelanden du brauchst Hilfe Ja im Haus Ja im Haus Oh ne Oh ich komm zu dir Chef Zack Zack Ich wär in Dauern 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 Hab einen Ja ich bin Dauern Fuck Fuck Hier ist einer mit der SMG Die finischen auch einfach alle ne? Mhm Scheiße Oh ich wurde von beiden Seiten beschossen Nice Oh Hände Mets Hände Mets Wurde halt legit von beiden Seiten beschossen Ist schon bitter Oh lol Warst du der für ne Waffel SMG oder? Von links Hanno 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 Ne Hanno ist tot Chef 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 Nice Sehr gut Ich glaub in die Richtung Ja direkt finischen Keine Gnade Finischen Finischen Los Finne 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 Und spring von der Klippe Ey werf ihn mit dem Ball ab oder so Bitte Mach Würf heißt es Es heißt würf ich mit dem Ball ab Ey mit dem Golfschläger Komm der liegt noch lange Ja Was soll denn abschießen mit dem Ball oder was? Was war das? C4 C4 ist ok Meter C4 Hier Ja Voll gut Rechts Krabbel noch einer Schön Ey Schmeiß ihn ab mit dem Ball Der ist down gewesen Der ist eliminiert Der ist weg Der ist tot Komplett ins Gesicht Komm Hä? Der ist nach hinten gekullert So jetzt kriegt er ihn richtig schön in die Fresse Junge Das Ding brauch ich Das ist ja der Hammer Gibt's das auch mit anderen Schlägern? Boah macht das immer mit der Spitzhacke Mit der Spitzhacke Alter ich hol mir den Battle Pass Leute Mit dem Hai Mit dem Hai Ja Da liegt richtig viel im Wasser ne Da sind drei Leute gestorben Hier geht's Schau Henno was wir dann machen Also was man auf jeden Fall machen muss Mit deiner Community ist das hier Warte Kann man hier irgendein Henno Kannst dann hier hingehen Kannst du golfen Kann man irgendwas crazyes mit der Kann man irgendwas verrücktes mit den Da hat die Animation Übermachen Äh Naja Können Golfturnier machen ne Können Golfturnier machen Ja Ich hab vorhin von dem Haus da vorne Gibt es aus 114 Metern Hold in One gemacht einfach Stobel komm mal her Ich hab hier ganz heißen Scheiß Neu aufm Markt Kommst du her? Ja Muss einfach auf den Boden werfen Mal richtig tief durch Geil Was war das? Oh das ist ein schöner Kick Oh ja Mach das aus Das ist gut Das ist richtig geil Und wie find's das? Ist das ne neue Waffe? Ich seh die Stinkbombe ja Das hat aber voll angedauert bis ich grad down war Komischerweise Ey manchmal frag ich mich Was wäre würd ich jeden Tag so 10 Stunden Fortnite spielen? Wär's so gut wie ich in LoL Wär's so gut wie ich in LoL Level 28 Ich hab heut Ich muss es ganz kurz sagen Trimax du weißt ich lieb's immer Ich hab heut mein Mastery 7 mit Shyvana geschafft heut dreimal in Folge S geholt so in Ranked Nice Ja auf LoL Level geht das auch gut Ich bin jetzt in der Promo zu S3 Warte Battle Pass Battle Pass So Äh Wo gibt's Bälle? Hier Basketball den brauch ich Ach Scheiße Super Hey du mal wieder ganz Ey egal ich guck mir einfach ganz am Schluss den Battle Pass an Alles cool Alter ich bin über Hyped Ich war letztes Season lang nicht so Hyped Ja ich auch Also letztes Mal war geiler mit dem Kometen und so Und man hat mehr gemunkelt Aber die Inhalte dieser Season sind einfach ein bisschen geiler Ich muss sagen die Skins was ich bis jetzt gesehen habe Die Wikinger und diese Punker die Tönen mich nicht so an Aber ich habe ja auch noch nicht lange alle gesehen schätze ich mal Ja aber guck mich doch mal bitte an bitte Ja Mehr Wikinger geht doch nicht So wollen wir jetzt einmal die Wikinger Burg versuchen Da sind jetzt auch nicht so viele wenn wir so weiter weg sind Genau zuerst mal Paradise Palms ist so ne Stadt wie Miami Gerne Wo ist das? Und hier ist richtig geil das sieht aus wie ein Star Wars Lass mal hier hin bitte Komm Lila Okay Das ist äh ich kenn mich nicht so aus im Star Wars Universum Aber das sieht aus wie so ne Star Wars Stadt Äh äh hier äh Elbenthal Ich bin mit der Elchix Elbenthal ist richtig yo Oder Ne Hogwarts oder? Hogwarts ist richtig Hagrid Hagrid ist falsch Ich hätte jetzt alles sagen können Es wäre einfach falsch gewesen Tatooine Mos Eisley Wär falsch Tatooine Heißt das Geile Legs Verreckt Achso Oh Fuck Oh Hanno komm hol dir die Waffe bitte Hol dir die Waffe bitte Nein Ich hab verkackt Scheiße Lauf Lauf Nein Wo ist der wo ist der wo ist der Ich hasse dieses Drecks Oh Jungs Oh Jungs Die doch haben die mal vor mir ne Pumpgun man Lode Ja das ist halt das Problem bei Bei Petty Royals ne Manchmal ist es härter Manchmal ist es nicht so hart Ey es ist das vierte Mal dass der vor mir ne Pumpgun hat Ja die tu Guck mal wie ich Katzenwache mache Ja das weiß der auch Das sagt er auch seinen Leuten Ne die sind nicht im TeamSpeak Ist ja auch so entscheidend in Fortnite Ist ja auch so entscheidend in Fortnite So was ist jetzt hier los man Lass doch jetzt mal wo geschehen Trimix töte einfach alle Ich töte alle Du bist der krasseste Spieler auf dem Platz Rechts unten Lauf Guck mal das ist jetzt wieder so weißt du Das ist jeder Gehtner hat Alter jetzt noch No joke Ich krieg immer Wie hat er mich denn gelöscht Ja wegen Tactical Er hatte einfach höhere Schussfrequenz als du Ja aber du bist so hart So go rein Battle Pass los Battle Pass Battle Pass Purchase Hol ich mir direkt Ne 59 Zack Ihr habt mich Epic Ihr habt mich Dreck skin Dreck skin Sorry Ich feier die Den brauch ich Basketball Die soll ne Geräterin feier ich übel Welche Verräterin? Sonnige Retterin Die soll dein Oh Leute das geil Ich brauche halt immer noch einen Gleiter Leute der passt perfekt zu mir Der Schwatte für Level 22 Der Rambock Wolfball Ey ganz ehrlich bei diesen riesen Gleitern Das ist doch mega dumm Weil Ne Na 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 komm Level 46 ist ja der Shit Level 6 Was kriegt man da? 2 plus 2 Das ist ja der Hammer Was kriegt man auf Level 46? Achso Dieses Emote 2 plus Ja 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 Meines Okay lass rein Ja Auf gehts Krass 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 Geilo Einen Walzen bitte Wo landen wir jetzt? Wir landen jetzt Bitte die Wikinger feste und diesmal Landen wir zusammen gezielt bei einem Gebäude Da landen jetzt 20 Leute Das wird nichts Das wird nichts Also wenn ihr das gewinnen habt Ihr seid Feiglinge Dann haben wir jetzt 30 Killrunde Wenn wir das überleben haben wir 30 Killrunde Paradise Palm Paradise Palm Da waren wir auch noch nicht Können wir auch hin Ja ich will ja auch ein bisschen Begegnung Ja wir können auch da hingehen Aber dann wirds halt die High Kill Ranch Muss halt jeder liefern Ja Mal verborgen bei Hand of Blood Der hier gerade nicht drin ist Aus seinem Channel Channel So Ähh Oh ich frag mich ob die Spannen auch ein bisschen verändert haben Das wäre krass Kann sie nicht Nein Hoffentlich hätten sie den Club weggenommen Wäre einfach aus Aber es wird noch Guck mal jetzt ist so Ein kleiner Teil der Map Verändert Und das wird sich wahrscheinlich über die ganze Map rüber ziehen Nice wie du mich spoilerst Krass Leute ansagen Trimix geht raus Geht auf seinen Kanal Schreibt Ähh Schreibt Was sollen die schreiben? Das ist doch der Trailer schon Dass sich die Welt immer weiter vermischen Schreibt Trimix Ja Gleich Schmandkind So Auf sein Instagram Unter dem letzten Bild Einfach nur Schmandkind Streamst du das live? Ne ich nehm auf Ok Schnell dich raus Das wird dich nicht retten Mein Zweitkanal geht grad richtig ab Ne? Dein Zweitkanal geht grad richtig? Ja Das ist gut Letztes Video über 500.000 Klicks Ach was welches Video war das? Ja guck doch nach Mit Udo Sport Und Rebi Ja hab ich mir angeguckt Ich hab gewusst Dass es mal kommt Weil die Leute haben da übel geflamed Ja bei Unge war zu krass Da muss ich was sagen Ich hab's mir angeguckt Dann sehe ich da nur die Flames Und dann so Oh da wird der Henno aber reagieren Ja du kennst mich schon Ja du kennst mich schon Ok Leute wir brauchen Waffen Waffen die die schießen Ich brauch'n Ball Baseball oder Ok Leute wo seid ihr? Ok wir müssen zusammen sticken Ach ihr seid ihr Lass mal das ganze Haupttier einnehmen Dann ist schonmal alles Ja gut Und das ist so ein bisschen wie Las Vegas Guck mal Hier kommt einer? Ähm Ich hab auch ein Mini gleich für euch wenn ihr wollt Ich hör Steps Echt? Das war ein Chef Strobeln Du bist auch ein Tramp der Junge Das ist ne Kutsche Entschuldigung Die können auch für den Superbowler nicht ganz geil So Footboards und so einfügen Da waren die so viel Geld alter Epic Games Schlau 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 Irgendwer ist hier gelandet Passt auf Hier war ein Portal Sound Hello Ich hab noch ein Mini für dich Ok ich hol mir kurz ein bisschen Übersicht ja Ja mach das Kletter hier mal hoch Ne ne ich geh ins Portal Kann ich da auch am anderen Ende der Map rein Ne das war er nicht Primax ich komm zu dir Meinen hier jemanden gehört zu haben Bei mir auch Steh ich aufm Schlauch Bei dir auch Ich hab kein ge... Ja ich seh Ey Trimax komm mal zu uns Mach ich Aber keine Materialien Hab ich hab ich hab ich hab ich Richtig gut So Trimax ist es bei dir jetzt einer oder nicht? Nö der ist weggerannt irgendwie Das ist Paniker Weil ich den mega geilen Skin hab Oh unter mir bist du grad rein ne? Das bin ich für dich zu viel Schön 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 Gefällt mir gut 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 So jetzt alles schön einnehmen hier Dann wird das auch was Aber wir müssen theoretisch noch welche sein oder? Theoretisch Ja aber Ja Alter krass es ist so geil Einfach die Orte neu zu entdecken Ja das ist einfach Das ist ja alles gerade zum ersten Mal Das ist so ein Oh da kam einer raus ne? Der wurde ausgeschissen Aber die kommen nicht zu uns Doch 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 Oder? Ne der ist weg Der ist weg Affengebord Try komm mal her Nein Ich liebe das Spiele neu entdecken Es ist einfach so gutes Ich finde doch gut dass nicht eine neue Map rauskommt Sondern dass die alte Ja er verändert wird Es ist einfach Es ist einfach mit Brain gespielt weißt du? Ja ja es ist einfach mal einfach ein guter Schachzug Also nicht einfach eine zweite Map rausbringen die dann schloppen Juck kein Juck kein Ja Sondern einfach die andere App rausbringen Und die Leute müssen spielen Ne? Ja 3 Punkte aus 8 Metern erzielt Was das für ne geile Villa Ist ja mega geil Ein bisschen versnoppt Ja aber muss auch mal sein finde ich Sieht aus wie das Haus von Julian Bam Hör mal Ohhhh Wird aber gefeiert Hä? Das ist ein gutes Haus Ja Wo ich grad drin bin Loll Warte da kann man ja auch den hier machen Okay hier ist ne goldene Scar drin Okay Ja moin Und hier ist noch ein großer blauer Try Komm her Try entdecken und mach ein Mini hin Nö Nö An Hannover zu den Was denn? Ja gerne Tank 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 Ja Ja ich komme sofort Mach hier am besten Ich bin hier grad nur in Julian Bams Haus Gut auseinander nehmen Hehehe Hehehe Hey das ist nicht der andere Wie heißt der? Wer in Thailand ist? Und die Villa bauen will? Thailand? In Thailand? Oder Indien? Ist da wo doch Ungar auch hin? Wie heißt der? Der hat auch noch Bams alles gemacht Löw Wie heißt der? Löw Wie heißt der so? Ja Löw Lo Chang oder so heißt der Ah Da frage ich nicht Sorry Hier Hey der große Ja gut Max hat den Hier Henno wo bist du? Ja hier hinter dir Du zwei kleine Schau das kannst du ja auch mit dem Basketball machen wenn du Bock hast Schau Kannst du da reintreffen? Ja Komm schon Oh das war knapp Okay jetzt die Frage LMG Oder Thompson Äh Thompson Thompson ist komplett broken das Ding Aber ich hab ne lila ne LMG Ja ist egal Chang Löw Chang Yogi Löw Aber aber Tom Aber dann hab ich was gegen Gebäude Es gefällt mir Scheiß drauf Den hab ich gar nicht Jogi Chang Jogi Chang löst Jogi Chang ist es einfach Den hab ich nie verschont Was macht denn der eigentlich Der DMV vertraut Henno komm her Schild 2 und Gold wird es gar Nice Also ich hatte lang keinen Lachschmash mehr bei Youtube Ears Außer heute wegen mit dem ich will das aber auch heute bei Henno seinem Video Bei meinem Video mit dem Pilze, wa? Ja fuck mit dem Scheiß Dann ist dein Gesicht doch so komisch verschoben die ganze Zeit Da hab ich auch hart feiern müssen Also die Leute sagen ja immer So über eigene Witze lachen Aber ich finde Youtuber dürfen das über ihre Videos Wenn die sich selbst kaputthauen über ihre eigenen Videos Bestes Zeichen Ich hab äh Scheiße hast du das gesehen? Was er heute gemacht hat? Ich hab jetzt schon 10 mal Lachkampf gekriegt wegen dieses Torea Video Das ist immer wieder geil Hier oben ist ein Slap Hier Henno du musst jetzt zu mir kommen Und hier ist der Scheiß Blaue Starkgewehr Ja der Scheich oder der Scheiß Schilddrang Sturmgewehr Ja aber das kannst du rein interpretieren wie du magst Nice ein Scheiß Ist ja der Hammer Trimix Ja ich weiß Gar nicht blöd Moin Leute Ja Ich weiß dass diese kleinen Sachen wie auch diese Ohren da Ich hör hier jemanden einfach machst du so Fledermausohren Ja der ist aber inzwischen alt ne? Aber Tradition Ist ein Klassiker Ist ein Klassiker sagst du Aber wie gesagt Irgendwie hat das Das witzige war irgendwie dass dein Gesicht so verzerrt war Das hat mich irgendwie keine Ahnung Ja das sieht einfach aus als wäre ich halt quer gestört ne? Ja So ein richtiger Kloppi Wollen wir ein Portal? Ist langweilig jetzt hier weiter geht's komm Stopp Ist grad langweilig Lass jetzt in die Stadt hier unten gehen Komm lass ihr ein Portal suchen Die sind meistens hier oben Und dann melden wir noch zur Woche Machen wir rein Also ich bin fein ich will jetzt auch kämpfen ne? Schläge Oh wir haben noch ne Kiste Warte Alter hier sind halt so Wie nennt man diese Bäume? Wie nennt man diese Bäume? Affenbäume Affenbäume? Aber das Affenmann Scheiße Affenbrotbaum 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 Really? Ich hab das Brot vergessen Gell? Die heißen Affenbrot? Die gibt's echt? Echt? Ach weil die das essen wie Brot oder was? Ich hab keine Ahnung aber es gibt echt was Hey da hinten ist so ne So das Digga ne Kacktee bringt für ein Hit elf Holz Digga ne Kacktee Bekord Digga ich mag Tee Oh hier ist ne Oase Oh Äh das die ist auch aufgefüllt Da ist jetzt auch kleine Oase Da gehen wir rein Äh die Flora Äh die Fauna interessiert mich da ganz besonders Gibt's da immer noch Pilze? Ja Du bist ja jetzt Sohn Hier gibt's immer noch Experte Auf dem Gebiet Außer der Sohn Oh geil Lieblingswaffe Junge Glaub ich Ja Welche SMG Es geht nicht mehr Ja brauchst gar nicht Kurz die Umgebung mit meinem Thermal Ah du Okay dann gewinnen wir die Runde Wenn Trimax Thermal hat Das Ende Keine Gegner gefunden Wir können weiter Hier ist noch ne Thompson Falls jemand will Oh ja Die nehm ich mit Oh ne goldene Scar hier noch Ja moin Noch eine Die kann ich nicht mehr tragen Ich hab schon eine Ich hab auch schon eine Ja dann zerstör die Dann nehm ich mit Ich nehm sie mit Ja einfach irgendwas Irgen Müll liegen lassen Einfach irgen Müll liegen lassen damit Warte hier Ah ja den kannst du liegen lassen Sehr gut Wieso was wolltest du machen? Ich wollte halt Müll liegen lassen Falls hier noch wer vorbeikommt Dass er halt nicht die goldene Scar kriegt Ja äh 300 Habe ich mit meinem Thermal Spionage Outf Oh ich sehs Lass ein bisschen näher ran bevor wir schießen Ich kann jetzt schon wieder die 72er hitze Ich seh die 72er hitze in seinem Kopf Schon Die sind im Gebäude ne im kaputten oder? Jaa hinter diesem Stein da auf dem Weg Ha War grad ist er auf jeden Fall grad geraten Und der Schuss war nicht gut Doch 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 Aber der war gut Schreckschuss ist immer gut Erste Dead Shock Ja Alter Chef Er hat low Ja wie hier hat low Self mich mal schnell frei 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 Ey Trimix kannst du das machen? Ich red ja War schlecht von mir gespielt Alles cool Bewegt was ich bewegt Na Ey heute im Video hab's alle gesagt Du hast es nicht Ruhe 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 Hören Der weiß es selber der Noob Ich muss die Gegner hören Wo sind die denn? Hab einen Schön Alle 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 Ja ne Trimax Schön Jo Nicht ein Autogramm Auto 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 Wurzel Wurzel Nein chill chill Marcel ist los Marcel ist los Okay wir tocken die Runde zu Ende Dann bist du dabei Jo wie sieht's aus Brauch ich wie lang noch? Dauert noch ein bisschen Halbe Stunde Dann geh ich schonmal noch Sag mal Henki du bist auch ziemlich krass Ne? Ich bin der Heftigste Ja dann ist bald nix für dich Nein Ist er nicht Hey Oh wer hat das gebaut? Ich fass es nicht Aber ich bin der Heftigste Schneider Digga Ja das stimmt Tschüss Sehr schön Bis gleich Auch aufm Mobile Ich hab kein Handy Gute Antwort Echt ne gute Antwort Ja die sind Die bauen sich hier in der Steinhöhle hoch Gut sie ist pass Ja wir haben es gleich Sollen sich jetzt mal zeigen die Versage Die können das Spiel gar nicht Ist so ne? Hab ich direkt gesehen Wieso freist die nicht wenn sie das Spiel nicht können? Oh ja drin In der Höhle Der hat gar nicht wieder Hits Komplett durch Löcher Noch mal Hits Prediction Shots Die mag ich gerne Mate fliegt jetzt In die Höhle Rechts Ne alter Bruder Mach nicht den Oh der hat richtig böse Hit Ne Also ist schon brutal Mashallah Mashallah Ach komm schon Oh hier sind noch mehr Gegner Jetzt ist äußerste Vorsicht gebunden Ne Hab ich weggesniped den Jungen Über 100 Damage Hier sind noch viel mehr Gegner Achtung jetzt Ne was Trimix 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 Ich komm zu dir Ich komm gleich Ich duke noch schnell den anderen Deine 1x1 oder wo? Trimix Im 1x1 Im 1x1 Überall hier Alles in die Richtung Zwei Teams Die snipen noch auf mich beide Sehr gut Oh die sind sauer Alter warum sind denn so viele Gegner Das nervt doch mega Warum so viele halt jetzt auf einmal Ich fahr mal mit dem Auto weg Echt? Nein Nein Dann komm her Deine time to shine Junge Ich sag mal dass der hat noch Auf der anderen Seite noch um Wurde ich die Leute mit dem Auto weggefahren Ja ja aber Ja komm her Komm Du bist ein Held Du willst doch immer ein Held sein Wo genau Trimix jetzt? Ich bin neben dir NW ist einer Und ein anderes Team ist 255 Im Steinkasten? Nee NW im Steinkasten? Nee im Wald ungefähr vor mir Könnten auch nach hinten verschwunden sein Okay Es waren auf jeden Fall zwei Teams Und die haben sich dann gesplittet Schauen wir Ich hab hier noch einen großen Schild Headshot NW330 hat einen Headshot Ich war hier und leg noch ein Oh da haben wir jetzt erst ein Medipack Das muss ich kurz nehmen Ich find die anderen auch nicht mehr Ach da auch Norden Oder? Ne Hä? Hör ich mal auch ein bisschen Stress jetzt? Ja mach her Ja mach das Der hat schon Hild kassiert Echt? Hab ihn einmal? Echt? Hinter uns auch noch Hinter uns auch noch NW Stellstruhe komm her Jump hit und los Weg hier Lass einfach nach Nordwesten die weg machen Ja genau Lass Nordwesten die weg machen Das ist einer glaube ich Die töten wir einfach Ja ja Bei dem mach ich das Jump hit hin oder was? Ne ne Wir töten den Typen bei Nordwesten Und dann ist alles easy Er ist oben im Dachboden Ah da Oh Der hinter ist auch noch Treffer Jo Sorry Mach auf Ich find doch aus Okay Ich war mit Machel ne Mit Machel Tschüss aber Ja okay Euch viel Spaß Tschüss Tschüss Er ist hier unten Unten oder? Er ist übel nervös Er ist spieze nervös Bist du mal drauf? Hab ihn Ey das kann nicht sein Da ist der Henno jemand Wieso hat ihr hier ne goldene Ska? Was ist mit der Runde los? Ja ne? Ist doch ein Bug oder? Ich hab hier auch ne goldene Ska noch rumliegen Meine ganzen Kills werden mir hier weggenommen Wo sind die denn? Ach die sind auf freiem Feld gerade? Und direkt vor uns Oh! Bist der Stroh vor dir ist eine Achtung Echt? Ja der ist am Sinn Oh! Ich hätte ihn voll snipen können Scheiße Kommt die C4 soweit? Nein Ich snipe einfach drauf Alter Double Headshot Was denn jetzt? Echt? Nice Junge der Ska Oh da bist du weg Noch ein Headshot Junge der hat einfach drei Headshots passiert Mach dann wieder alle Ska Alle wollen den besten Ihr kommt klar ne? So Nice Das sieht gut aus bisher Da bin ich einfach durch meine eigene Plattform gefallen Das ist ja geil Oh ich hab wenig Material Kann mir jemand was abgeben? Ich hab nur 20 Holz Ja komm her Ja komm her Hier 200 Eisen Und 200 Holz Äh Stein Sorry Äh ist komplett runter ne? Lieblings-Skin Ey danke dir Das ist halt der hier den ich spiel Oh lass mal wieder in die Zone Ja Ey die Runde holen wir Jungs Safe Ganz ganz souverän sag ich euch Bisschen defensiver stehen haben wir sofort geschafft Chef hast du Holz? Ja bis hinten Fahrst du? Ja egal ich fahr einfach Ne alles gut Sieben sind welche? Oh lass damit ein Mischen Das sind die Letzten Ja Aber entspannt ja Koordinieren Ja Ich seh den einen Der ist jetzt da hochgegangen Links hoch ne? Mein Big Mac Ja ich bin das allein ne? Ey lass einfach auf dem Big Mac zu Und dann oben auf dem Big Mac drauf Dann haben wir die höchste Pose Meinst du hier links auf die Scheune oder was? Ne ne der Big Mac ist der Rode Die lange Halle ist Long Chicken Und der Rode ist Big Mac Alter das ist gut Die sind hier drin glaub ich Yo Gelöscht Braucht ihr noch was? Hier liegt noch Stuff Ich hab ein Raketenwerfer jetzt noch Dass wir die schon gleich in die Luft springen können Die letzten zwei Headshot Ich brauch halt einfach nur Mudds denk ich Warte komm her Noch ein bisschen Hier Ich hab hier bisschen Holz gegeben Alles gut alles gut Ich hab mehr als genug jetzt wieder Ich hab die halt grad gelootet Da hinten ne? Ja ja da sind zwei mindestens Bei 60 Ja wenn da drei sind sind das die Letzten Ja Achtung Raketen kommen Stry halten wir drauf Schön Headshot Immer weiter Immer weiter Immer weiter Immer weiter Immer weiter Du rusht ja schon wieder komplett Ich flank dir jetzt Die haben mich nicht kommen sehen glaub ich Ich hab einen Ich hab einen Flieg jetzt Nice Okay noch einer Lass mal Hanno den letzten Kill machen Lass mal egal wie er macht Lass mal Hanno den letzten Kill machen Egal wie er macht Willst du Raketen dafür haben Hanno? Äh Jo Nimm mal das Nimm mal das Dann bist du voll Raketen herfalls gut Hanno macht den letzten Raketen Ja ihr müsst Ihr seid meine Scouts Jungs Ja ja Ich mach mich dann kurz aufmerksam Ich geh einfach hoch auf die Steine glaub ich Ich such für dich Hanno Ich mach mir einfach eine Plattform mit einem Jump Head Warum genau soll ich den jetzt killen? Wirst du gleich sehen Wuuu Okay Oh lass mal in die Zone reingehen Jo Hanno ist richtig nervös Ich hab Hanno noch nie so nervös gesehen Ey wieso bin ich nervös? Nur jemand der richtig nervös ist würde so abschreiten Ey ich streit's da nicht ab ich hab nur gefragt Alter Ja ich merk gerade wenn du nervös bist Wieso kann ich die Ah Ey das ist locker so einer der sich im Bus Verdingst Ah ich glaub auch Oder in so einer Scheune Problem ist Wie kann man sich nicht im Bus verstecken? Oh Moin Hast du nen Drive? Nö Hier ist nur Stein Hier hat man drauf geballert Ne war nichts Alles ruhig Oh Und? Du ihn? Vielleicht im Big Mac Vielleicht im Big Mac Oh man ich hasse Oh ich hab ihn Oh ich hab ihn Oh er hat ne Pickaxe draußen Der kann gar nichts Hanno starb ihn hier Sehr geil Sehr geil Wo ist der hier drin? Oder was? Hier drin Max? Im Wald Im Wald oder? Ne oder? Vor mir direkt Hier in diesem Mini Stein Shit Oh ok Oh der ist so lost Der kann das Spiel nicht Geil Ja ich seh ihn Hanno kill in der Fall oder so Spreng er Nein spreng, 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 du musst ihn sprengen Das ist sehr wichtig Dass du ihn sprengst Komm schon Hanno Junge Komm ich fertig's dir jetzt Ich mach nicht aus Versehen killstärschuh Das ist jetzt zu typisch Junge wenn ich den so hole Dann musst du mir ein Eis kaufen Nein Oh schade Ich weiß jetzt nicht genau wo er ist Hier unten Direkt vor uns Der ist lost Junge Hier rein schnell Die Zone kommt Warte halt einfach mit Raketen einfach an die Seite Komm runter Die Steindächer Jaja Nochmal 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 Tschüss Ah Alter mit Slowmo Geil oder? Da wuppelt der Rakete aus Was hat er denn da drin gemacht? Hehehe Der war so Der war einfach fertig Geil Alter Die Slowmo ist halt richtig episch ne? Gerade bei nem Sniper Shot oder bei ner Explosion Alter Das find ich mega gut Mit der Slowmo Ja ist super Vorher wär immer so Ja gewonnen Was ist das denn? Gewonnen Okay Ich bin jetzt erstmal raus Ich guck mir noch nen Battle Pass an Mhm Ähm Euch noch viel Spaß Tschüss morgen Ich danke dir auch War geil Bis morgen Bis morgen So Leute Jetzt gucken wir uns noch nen Battle Pass an Das Ding hab ich jetzt grad bekommen Joa kann man machen Für mich ist ja immer interessant Ich mein 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 Skin ist safe Das ist mein Skin so ne? Ähm Der Basketball ist halt Also ich Das BM Potenzial Unergründlich Ja auf Auf Leute die genockt sind Und mal nen Ball drauf schmeißen Sowas fehlt mir auch noch was cooles Ich guck die ganze Zeit nach nem Gleiter Da hab ich bisher diesen Piratengleiter Find ich aber ein bisschen so verspielt Aber ich brauch halt was schwarzes Was zu meinem Skin passt Deswegen macht der voll Sinn Auf den werd ich spielen Tänze sind mir auch recht egal Weil ich einfach nur meinen Depp hab Als meinen Erkennungs Das Ding find ich ganz cool Wie gesagt Rucksäcke oder alles was man hinten drauf tragen kann Da hab ich die größe Vari- Variabilität Der ist halt auch nice Das ist halt Ist ja Ist ja auch ein Tanz Also Emote Von daher Das find ich ganz nett Muss mal gucken wie das aussieht Ja ist ja toll dass du dich so hinstellst Oh ne Guckt mich nicht Kann doch dieses Ritterschild irgendwie nicht so Fancy Golfball Ach cool da gibt's ja auch verschiedene Ey da ist ja Du kannst ja alles machen Alter Bowlingkugel Der ist ja Der ist Der ist Der erinnert mich an so'n Modern Warfare Charakter Ledgehammer Part of the advanced Achja man kann wieder Kann man wieder so zusammen basteln alles Boah das ist cool Das ist ganz nice Das ist dann auch so gefriert Sehr geil Ey wie gesagt Sowas find ich too much Weil man sieht einfach nichts Man sieht einfach nicht wo man landet Da find ich schon diesen Diesen Oldtimer viel zu krass Lol Toilettenpapier rollen Okay das brauche ich Ja Hier was ist das Agentin oder Sekretärin Sekretärin mit ner Schutzweste Okay Gut neue Tänze ist halt Ragnarok Ich fänd ja Ich hätt ja so Griechen Also Antike ist geil Aber Griechen hätt ich ja noch viel geiler gefunden Okay das war's Pfff Also dass sie so ein neues Ne neue Nische mit reinbringen Mit dem Bällen Ist halt GG Das ist einfach schon richtig geil Skins jucken mich halt wieder mal gar nicht Also aber auch einfach nur weil ich so zu meinem Skin stehe Das ist ganz cool Toilettenpapier ganz cool Ähm Ja ich brauche halt den Basketball oder den Strandball Das eventuell Kann man machen Finde ich auch ganz nett Ja Cool Ja dann war's das Äh Itemshop irgendwas cooles Oh leu War nö ne War ist edel Ja okay Dann äh war's das von mir Meine äh Season 5 Ersterfahrung Komplett blind Ähm Schalte heute Abend gern bei BAL ein Ab 18 Uhr geht's los BAL Fortnite Wir haben das komplett umgestülpt auf An Invitational Sprich die ganzen Schwitzer und Triads sind größtenteils raus Außer die die man halt so aus der Community kennt Wie zum Beispiel Micky auf Hostel Reiseru aber Aber Oder Hami Mit denen haben wir aber geredet Die haben entweder einen richtig geboosteten Mate Zum Beispiel Hami spielt mit Mori Der hat eben grad nebenan das erste Mal Fortnite gespielt Habe ich Tränen gelacht Schön Äh oder halt die machen irgendwelche Nicht bauen Challenge oder nur Pistol oder so Also der Fokus ist wieder ganz klar nicht Gewinn Sondern Spaß Gemeinsam Dies Aufeinandertreffen Ja So Link in der Beschreibung Tschüss